Warburg Apparatur Es können aber auch entsprechend kleine intakte Organismen oder Organe gemessen werden. Die Apparatur besteht aus einem Wasserbad, das die Temperatur konstant hält, Minometern als Messinstrumenten, Reaktionsgefäßen und einer Schütteleinrichtung, die einen schnellen Gasaustausch gewährleistet. NotPaul, Unsch六iek die Technik, unter der Schütteleinrichtung, die Möller an der Schütteleinrichtung und ein Schütteleinrichtung. Das ist ein growinger Gefühl, damit diese Schütteleinrichtung werden sogenannte Kinder helmets geworden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.